Liebe Nicole, wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut und du fühlst dich nicht so einsam wie ich. Ich wünsche mir, dass wir uns bald sehen können und uns nichts mehr im Weg steht. Ich denke täglich an dich. Ich packe dir noch ein paar Briefmarken dabei. Das ist ja wohl das Mindeste. Ich hoffe, du meldest dich schnell zurück. Würde mich sehr freuen. Hab dich lieb. Ihr da draußen habt euer Facebook. Wir hier drin haben unseren J-Mail. So lernen wir hier unsere Mädchen kennen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.